Ja, der Schnee geht hier einfach rum, das ist blöd. Wow, es leckt. Was? 10 FPS habe ich jetzt so. Wieso? Warum? Jetzt ist es wieder stabiler geworden. Au! Spinne hinter dir. Ah! Alter. War ein super Plan, um die Uhrzeit rauszuholen. Ich muss gerade mal wegrennen. Ja, warte, ich muss dir gerade mal folgen. Oh, da ist ein Creeper. Schlecht. Ich gehe hier durch. Oh, er hat mich getriggert. Nee, noch nicht. Ja, du legst auch ganz schön rum, also irgendwas stimmt nicht. Ja, ich sag ja, wir irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt, das war doch schon mal besser. Naja, gut, wir müssen mal schauen. Vielleicht sollte ich mir doch mal DSL holen, statt mit dem 56K-Modem rumzusurfen. Stehst du auf den Ton? Hey, hier ist normaler Wald. Hallo. Ein See-Dings. Ich habe schon gedacht, hier ist eine Wüste, wegen dem Sand. Ja, dachte ich auch. Aber scheinbar nicht. Gehen wir mal hier in die Richtung. Jetzt gehen wir Richtung, müsste ja Osten dann sein. Ja, wir haben auch überhaupt keinen Plan, wo und wie wir gehen. Wahrscheinlich finden wir die wieder zurück. Also noch weiß ich, wie wir zurückkommen. Oh, da ist ein Hühnchen. Das erste Hühnchen, was ich sehe. Tot. Oh, da ist noch eins. Da sind ganz viele. Ja, Hühnchen. Hier ist ein Berg, ich gehe da hoch. Oh, da ist ein Creeper. Da drüben ist schon wieder Schnee und da ist Wasser. Sag mal, so viel Schnee kann es doch gar nicht geben. Und das, das ist ein Dschungel. Ach Gott. Ich hätte lieber eine Wüste, da kann man wenigstens gucken, wo man hinrennt. Ja, gucken wir mal, gehen wir mal ins Wasser. Da gehen wir ins Wasser. Da, wo das Skelett steht. Genau, gehen wir mal da hin, sagen wir hallo. Hallo. Geht er denn hin? Aua. In die Fresse. Hallo. Ah. Oh, sorry. Ah, das ist nur noch eine. So. Ja. Bin ja hier immer hungrig. Hallo. Hey, hier ist ein bisschen Sand. Wow. Oh, ich glaube nicht, dass das eine Wüste ist. Da hört der Kontinent auf. Ah, Schwert kaputt. Nöööö. Ich glaube, doch, warte. Ich glaube, hier ist aber ein Wüstenbiom und es ist nur durch Wasser. Aber in der Wüste gibt es kein Wasser. So ein Blödsinn. Das hier meinst du? Da hinten ist, das ist, glaube ich, einfach nur Strand. Ich meine, wenn es regnet, würden wir es merken. Ja, dann allerdings. Nur in der Wüste regnet es ja nischt. Ach, es ist so schön leise auf Sand. Die. Ach, wir wollten eigentlich ja mal Musik laufen lassen oder so. Ja, vor wie vielen Folgen? Vor 50 oder so. Ja, mindestens. Nun ja, müssen wir uns was überlegen. Ich würde sagen, beim Special läuft sowieso Musik. Das heißt, wir tun jetzt einfach so, als hätten wir nie irgendwas über Musik gesagt. Und dann, BÄM, gibt es beim Special Musik. Wow, Special Musik. So, und was tun wir jetzt? Gehen wir hier durch den Schnee oder was? Ja, du, ich habe keine Ahnung. Wollen wir einfach mal am Wasser entlanglaufen vielleicht? Ja, da drüben ist, äh, ja, ist nur mehr Wasser. Oh, ich habe einen Cave gebaut. Ja, ich auch. Auch hier ist, äh, gefroren. Können wir Schlittschuh fahren. Wuh, 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 wuh. Können wir uns nie Club bauen aus Schnee. Ey, da hinten ist, äh, Sand. Ja, ja stimmt, habe ich auch schon gesehen. Aber, oh, ein, ein Skelett. Au! Geil, Bitch. Aufs Maul. Ich habe nur eins. Bzip. Ja, hier ist Sand, aber ich glaube nicht, dass das... Oh, da hinten steht ein... Oh, da ist ein Bergbiom. Aua. Was, Bergbiom? Oh, Berg ist cool. Komm, wir klettern da hoch. Obwohl, hochklettern hat ja immer in, in Tod, äh... Ja, hochklettern resultiert immer in Runterfallen bei uns. Ja, wir klettern nicht auf Bäume jetzt mehr, sondern wir klettern nur noch auf Berge. Ja. Uh, da ist eine große Lagune. Eine große Lagune? Ja, ich bin gerade drüber gelaufen. Hier, wir gehen auf den Ausguck, äh, Posten. Das ist gut. Da könnte man sich fast eine Burg drauf bauen auf den Hügel da. Auf den hier? Ja. Nee, auf den, nicht auf den, wo wir jetzt gehen, sondern auf den da, da drüben da. Weil hier ist, hier ist kein Platz für so Fertz. Aua. Bisschen dumm, hochzukommen hier, muss man. Warte, ich hab gerade einen Zombie. Äh, guten Morgen. So, bist du da, ich komm jetzt auch. So, den höchsten Punkt, oh, Alter. Oh, ich glaub, da hat der Map Generator ein bisschen Mist gebaut da hinten. Was, was, was ist denn da los? Hey, das ist eine coole Insel. Ist das eine Insel? Achtung, da unten ist eine Spinne, die kommt hoch. Ja! Ja, jetzt käme ich nicht auch noch, du Penner. Hey, das ist, das sieht aus wie eine Insel. Warte, ich heil mich mal ein bisschen. So, was, was sieht aus wie eine Insel? Die Sonne geht auf, pass mal auf. Was sieht aus wie eine Insel? Das ist, das da drüben da. Ja, genau. Da steht übrigens auch Skelett drauf. Ja, das hab ich gesehen. Ja, es wird hell, das ist gut. Ist fein. Können wir gleich mal gucken, wo wir überhaupt gelandet sind. Hallo. Guck, du kannst doch hier, da drüben, das ist doch eine Insel, oder? Da ist eine Höhle drin. Und das sind drei Hügel. Ey, das ist eine Landzunge, glaub ich. Oder geht's hinten dran weiter? Weiß ich nicht, das sehen wir dann. Weil das wäre... Ich hab jetzt auch nur noch, ich hab jetzt auch nur noch Distant Normal, weil sonst krieg ich ja mal Grafiklags. Ach so, ja. Wobei, ich hab ja jetzt neue Hardware. Ich könnte es natürlich wieder hochstellen und gucken, ob es wieder fällt. Äh, boah. Nun ja, egal. Hinten dran, ich glaub, das ist wirklich eine Insel. Ja, geh, mehr gucken, auf. Los, nicht so viel schwätzen, mehr gucken. Ja, dann pass auf, filme er mich, während ich ordentlich am Springen bin. Juhu! Hast du das Wasser getroffen? Ja, klar. Immerhin. Aber. Nicht so wie du. Schwimmen wir rüber, ich baue mir ein Boot. Gut, dann bau dir ein Boot. Dann baue ich mir auch ein Boot. Pass auf, ich baue mir erstmal Holz. Dude. Ja genau, Holz bräuchte ich vielleicht auch mal. So, Holz. Voll in die Fresse gebaut, das Ding. Ein Boot. Äh, da tauschen wir das da gegen das Boot. Äh, da tauschen wir das da gegen das Boot. Und jetzt geht's wahrscheinlich eh kaputt, weil ich hier so... Oh, leck. Au. Alles klar. Ich hab drei Holz gekriegt und ich hab sechs Holz gebaut. Weißt du, was ich grad festgestellt hab? Das ist ein coolen Tunnel unter dem Wasser durch zum Festland. Ich würde mir eher eine Brücke bauen, weil die Brücke sieht kühler aus. Kühler. Kühler, ja. Ich bin ja... Eingedeutscht. Eingedeutscht, ja. Es ist voll kühl, Alter. Ne, pass auf, dann leuchten wir die Insel aus. Dann können wir uns hier eine schöne Hütte drauf bauen. Und dann haben wir hier so einen kompletten Safe-Spot. Ja, das... Mit coolen, in der Luft schwebenden Block-Gebilden. Insel, Jungs. Und da unten ist, äh, Wilson. Wo ist Wilson? Ach, da, der, der Kürbis. Ja, da, ja, genau. Das ist, äh, unser Wilson. Hey, wir haben alles. Wir haben, wir haben Baum, wir haben Strand, wir haben Höhlen. Alles da, was man braucht. Perfekt. Zum Minecraft-Zocken. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal ein bisschen hell so. Ja, dann, dann mach mal hell so. Dann, warte, dann geh ich mal hier so in die Richtung so. Oder bauen wir uns, bauen wir uns gleich schon eine Burg hier auf die Insel. Ach, nix Burg, wir bauen uns ein schönes Landhaus. Ein Landhaus. Also ein Zweitwohnsitz, nein, keine Ahnung, ein Haupthaus brauchen wir ja. Ein Herrenhaus. Okay, hier, Wilson, der kriegt auch ein Ding. Oh. Ja, Wilson können wir, eigentlich können wir Wilson abbauen und die Fackel direkt in Wilson reinmachen. Das geht ja, dann hast du leuchtenden Kürwilz. Ja, dann, dann tu du das, ich mach hier weiter hell. Dann tu ich das, gucken, ob das überhaupt kann. Wie nennen wir die Insel? Wilson Island. Wilson Island. Okay, ja, das ist ein Plan. Oder eine Ansage. Hier, was weiß ich, die hässlichen Klötze da müssen aber weg hier, die Web Generator Fails. Die stören so ein bisschen. Ja, die, wir können da dran die Brücke verankern oder so. Warte mal, wir können die Brücke, wo können wir die denn hinbauen? Die bauen nur von hier. Das ist aber blöd, weil die dann schräg gehen würde. Hier, Creeper, Bitch. Müssen wir sie hier so, hier so rüber bauen. Hier, das ist nicht so. Ich würde eher die Fail-Insel nennen, weil hier ist auch Wasser-Fail. Was ist so hier Wasser-Fail? Wo bist denn du? Ich töte gerade einen Creeper. Hey, das hier, oder? Wo ist er? Hier, im Loch. Hallo. Ach da. Ja, da war gerade der Creeper. Da ist auch ein Loch unter dir. Ja, ich weiß, da geht's rein.